Mein Name ist Rolf Dettinger. Ich bin Fertigungsleiter bei der Firma ProCastro Mechatronik GmbH in Karlsruhe. Wir verwenden iMaschining hauptsächlich zum Bearbeiten von Aluminium und VA. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Firmen funktioniert und wie gut sich der Prozess dort integrieren lässt, aber bei uns, muss ich sagen, passt das genau zu unserem Teilespektrum und zur Arbeitsweise von uns. Wir sind begeistert, das ist einfach sensationell. Die Stückzeiten haben sich so 70, 80, manchmal sogar 90 Prozent verringert. Die Programmierzeiten haben sich sehr verringert und die Werkzeugstandzeiten sind bei einigen Teilen das Doppelte höher als bisher. Durch die effizientere Programmierung, durch die geringeren Leerwege, höheren Werkzeugstandzeiten, weniger Werkzeugwechselzeiten, hat sich das System in kürzester Zeit für uns amortisiert. Ich habe einfach mal angefangen zu probieren und wie gesagt, das funzt richtig gut. Ich arbeite nur noch so und es läuft gut.